Moin, hier ist Robert Heinecke und in diesem Video werde ich dir verraten, wie du das perfekte LinkedIn-Profil für dich als Experte einrichtest. Ich werde dir ganz genau zeigen, auf welche sieben Elemente es auf deinem Profil wirklich ankommt. Und vor allem werde ich dir zeigen, welche großen Fehler du machen kannst, wenn du dein LinkedIn-Profil optimierst. Wenn sich das spannend anhört, dann sieh dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Am Ende des Videos werde ich dir zeigen, wie du an unsere super begehrte LinkedIn-Profil-Checkliste kommen kannst. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in das Video rein. Ich bin jetzt auf meinem LinkedIn-Profil und ich habe es einfach mal komplett gelehrt, um dich wirklich Schritt für Schritt mitzunehmen und dir zu zeigen, wie du dein LinkedIn-Profil wirklich perfekt einrichtest. Und das erste Thema, was wir uns angucken, ist natürlich das Profilbild, weil das wirklich auch der Einstieg häufig auf dein LinkedIn-Profil ist. Und das Beste, was du machen kannst, ist auf jeden Fall ein quadratisches Bild von dir bestenfalls rauszusuchen. Ich habe hier schon mal ein Bild rausgesucht, was wir jetzt gleich nutzen werden. Aber jetzt werde ich dir eine coole Sache zeigen, die du machen kannst. Und vor allem werde ich dir auch zeigen, worauf es bei deinem LinkedIn-Profil ankommt. Denn es gibt eine coole App bzw. Webseite, die nennt sich remove.bg, wo du dein Bild hochladen kannst und den Hintergrund entfernen kannst. Das bedeutet, du siehst es hier schon, er hat direkt den Hintergrund entfernt. Und das Coole ist, weil was wir ja hinbekommen wollen auf dem Profilbild ist erstens, dass die Leute uns erkennen. Also das bedeutet, dass du nah genug dran bist. Und es geht natürlich auf so einer Plattform wie LinkedIn auch um Aufmerksamkeit. Und das Einfachste und Coolste, was man wirklich machen kann, und das ist natürlich Geschmackssache, ist sowas wie eine Farbe zu hinterlegen. Das bedeutet, was weiß ich, du könntest sowas wie gelb wählen, du könntest sowas wie grün wählen, du könntest sowas wie pink wählen. Oder du lässt natürlich das quadratische Bild einfach. Ich nehme jetzt hier einfach mal gelb, lade das Bild herunter und jetzt stelle ich das Ganze hier einfach als Profilbild ein. Foto hochladen, kann hier jetzt das Bild auswählen. Und hier hat man jetzt noch einmal die Möglichkeit, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich noch ein bisschen weit weg bin. Und das fühlt sich vielleicht ein bisschen ungewohnt an. Aber wir wollen wirklich so nah wie möglich ran. Das hat den großen Vorteil, dass die Leute uns wirklich erkennen. Gerade wenn du zum Beispiel Kommentare schreibst, erkennen die Leute wirklich dein Gesicht. Und das schafft halt zusätzliches Vertrauen. Und wenn du das Ganze jetzt mit einem gelben Hintergrund hinterlegst, fällst du natürlich immens auch auf der Plattform auf. Das bedeutet auch zum Beispiel hier, wenn du hier rechts erscheinen würdest, würde natürlich so ein gelber Hintergrund immer herausstreichen. Zusammengefasst, Profilbild, relativ simpel. Beispiel gutes, professionelles Bild auswählen, möglichst nah heranzoomen und dann hast du optional die Möglichkeit, noch einen farblichen Hintergrund zu hinterlegen. Kommen wir direkt zum zweiten wichtigen Bereich auf deinem LinkedIn-Profil und das ist oben das Titelbild. Und hier gibt es alle möglichen Ansätze und ich zeige dir ein paar Beispiele, was du dort machen kannst. Das Einzige, was du nicht tun solltest, ist es wirklich als große Werbetafel zu benutzen, weil das schreckt die Leute eher ab, als dass es Vertrauen bildet. Und ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht und zwar ein paar Vorlagen. Wenn du bis zum Ende des Videos bleibst, werde ich dir auch ganz genau zeigen, wie du an diese Vorlagen für die Titelbilder kommen kannst. Und hier habe ich dir einfach ein paar Beispiele mitgebracht. Das Einfachste, was du machen kannst, ist dort oben ein Stück weit Autorität aufzubauen. Das bedeutet, dass die Leute sehen, dass du wirklich Experte bist in deinem Bereich. Wie man das tun kann, ist wirklich zum Beispiel Bilder von Vorträgen und von Workshops zu nehmen. Oder vielleicht in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden ein Bild sich zu schnappen. Du kannst natürlich auch so eine kleine Collage mit unterschiedlichen Bildern nehmen. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Die einfachste Möglichkeit, die man machen kann, denn egal ob im B2B oder B2C Bereich, Gemeinsamkeiten verkaufen. Das bedeutet, ich zum Beispiel aus Hamburg könnte ohne Problem einfach ein gutes Bild aus Hamburg nehmen und das oben als Titelbild einstellen. Weil was passiert, wenn ich mich mit anderen Leuten aus Hamburg vernetze, die sehen das. Ah, das ist auch jemand aus Hamburg und direkt hat man eine Gemeinsamkeit. Und das ist wirklich das Beste, was dir passieren kann. Eine coole Ressource, um an solche lizenzfreien Bilder zu kommen, ist unsplash.com. Hier habe ich zum Beispiel Hamburg eingegeben und habe hier das Bild einfach gefunden und heruntergeladen und kann das dafür ohne Bedenken benutzen. Dann der letzte Part bzw. eine weitere Idee ist, einfach wirklich nochmal ein Bild von sich zu nehmen und dort hinzuschreiben, für was man Experte ist, wofür man einfach Spezialist ist. Ganz lange habe ich dieses Titelbild genutzt, hat wunderbar funktioniert. Und zuletzt habe ich dieses wunderbare Titelbild hier gebaut, wo ich eine Kombination aus ein paar Bildern genommen habe, ganz genau zeige, was wir inhaltlich tun, damit die Leute direkt sehen, wofür ich auch der Ansprechpartner bin. Und ich will tatsächlich, dass die Leute in den nächsten Schritt kommen und meinen Podcast sich anhören oder auf meinem YouTube-Kanal sich Videos angucken und deshalb habe ich das dort eingebaut. Das Ganze kannst du dich dann für eine Version am Ende entscheiden und das Ganze am Ende hier einfach unter Download runterladen, das habe ich schon getan. Und dann kannst du hier oben einfach den Profilhintergrund auswählen. Ich nehme jetzt einfach mein aktuellstes Titelbild, brauche hier nichts tun, wende das Ganze an und fertig ist der Bereich. Das bedeutet, du musst dich einfach nur für eine Variante entscheiden, kannst vielleicht auch zwei bis dreimal durchspielen, habe ich auch getan. Wie gesagt, wenn du an die Vorlagen kommen willst, einfach bis zum Ende des Videos schauen. Und jetzt kommen wir schon zum dritten wichtigen Bereich auf deinem LinkedIn-Profil. Jetzt schauen wir uns hier den Profil-Slogan unter deinem Namen an. Und das ist wirklich ein extrem wichtiger Bereich, denn dort machen die meisten den großen Fehler, einfach nur ihre Position im Unternehmen einzutragen. Das bedeutet, der Klassiker wäre wirklich, dass ich da einfach sowas eintragen würde, wie Geschäftsführer und Gründer Leaders Media. Das ist das, was die meisten Leute dort stehen haben. Und das ist cool, aber am Ende ist es natürlich, du siehst es hier, einer der besten Plätze auf deinem gesamten Profil. Und was wir schaffen wollen, ist eigentlich wie so einen kleinen Mini-Elevator-Pitch für das, was du tust, dort einzubauen. Und dazu habe ich einfach aus unserem Social Selling Accelerator, aus unserem Kurs, eine relativ simple Formel mitgebracht, die folgendermaßen aussieht. Und zwar, ich helfe Zielgruppe dabei, Ergebnis zu erreichen durch Methode, dann machst du einen Strich, was machst du genau. Und das ist so eine simple Formel, die du vielleicht auch schon mal gehört hast, die es aber extrem einfach macht, zumindest erstmal ein Stück weit ins Brainstorming zu kommen und zu überlegen, was man tut, beziehungsweise was man bei dir erhält. Und du siehst ein paar Beispiele. Ich helfe Unternehmen dabei, Anfragen zu erhalten durch Social Selling. Ich helfe Unternehmen dabei, planbare Anfragen zu erhalten und Kunden zu begeistern durch Social Selling. Oder planbare Anfragen und begeisterte Kunden mit Social Selling. Also das heißt, man kann wirklich mit unterschiedlichen Variationen da spielen. Und ich gehe jetzt einfach mal in mein Profil rein und baue jetzt einfach meinen Profil-Slogan. Was man noch immer überlegen kann, ist so ein kleines Icon davor zu bauen, dass die Leute wirklich direkt dort einsteigen und das lesen. Wir haben sowas wie als ambitionierter Coach und Berater mit Leichtigkeit Kunden gewinnen und das eigene Coaching-Business erfolgreich skalieren. Und du siehst, da sind genau die Ergebnisse drin. Was ich jetzt noch machen könnte, ist genau dieses Thema hier jetzt, Mentoring für Coaches und Berater. Und du siehst, ich nutze jetzt diesen perfekten Platz, wo man wirklich ganz genau zeigen kann, worum es in der Zusammenarbeit mit dir auch geht, um den Leuten ganz klar zu zeigen, was ich eigentlich tue. Was ich jetzt sehe, ist, dass es mir ein bisschen lang ist persönlich. Das kann man sich selbst entscheiden, was einem da gefällt. Ich würde jetzt tatsächlich den letzten Part einfach rausschmeißen, um es einfach ein bisschen knackiger und zweizeiliger zu halten. Und fertig. An dieser Stelle erstmal Glückwunsch, denn tatsächlich mit diesen drei Elementen bist du schon verdammt weit. Wenn du ein gutes Profilbild hast, ein gutes Titelbild und den perfekten Profil-Slogan, macht das meiner Meinung nach schon 80% des Erfolgs aus. Denn die Leute schauen sich als allererstes hier oben diesen Bereich an. Der nächste Bereich, den wir uns jetzt anschauen, ist der sogenannte Creator-Modus. Du hast hier diese Möglichkeiten, den einzuschalten oder auszulassen. Gerade am Anfang würde ich empfehlen, bis du nicht 10.000 Kontakte und mehr hast, würde ich den ausgeschaltet lassen. Großer Vorteil ist, die Leute können sich mit dir vernetzen. Das bedeutet, hier erscheint ein Button, wo man sich mit dir direkt vernetzen kann. Und im Anschluss kannst du direkt mit ihnen Nachrichten austauschen. Wenn du jetzt diesen Creator-Modus anschaltest und ich bin zum Beispiel auf dem Weg zu über, zu fast 20.000 Kontakten, dann macht das wiederum Sinn, weil ich auch extrem viel Content poste und auch nicht mehr darauf angewiesen bin, wirklich eins zu eins mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber wie gesagt, ich würde gerade am Anfang bis 10.000 Kontakte den Creator-Modus unbedingt auslassen, weil ansonsten hast du keine Möglichkeit, mit deinen Profilbesuchern zum Beispiel oder Leuten in deiner Zielgruppe einfach ins Gespräch zu kommen, weil du sie einfach nicht als Kontakte hast. Das bedeutet, ja, es juckt in den Fingern, diesen Creator-Modus anzuschalten, weil es irgendwie sich cool anhört und viel bringt. Aber wie gesagt, gerade am Anfang würde ich das Ding unbedingt auslassen und damit starten, das erstmal auszulassen, dich mit Leuten wirklich zu vernetzen und dann irgendwann, wenn dein Profil groß genug ist, du genug Kontakte hast, dann das Ding einzuschalten. Kommen wir direkt zum fünften wichtigen Bereich auf deinem LinkedIn-Profil und das ist die sogenannte Im-Fokus-Sektion. Und du siehst, ich habe sie hier noch nicht, weil ich sie nicht eingestellt habe. Ich werde ganz genau zeigen, wie du die jetzt einstellst. Und zwar kannst du hier auf Profil ergänzen gehen und dann kannst du hier auf Empfohlen klicken und dann Inhalte im Fokus hervorheben. Und jetzt hast du hier die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu präsentieren. Und das Erste, was ich immer empfehlen würde, ist einen Beitrag hinzuzufügen beziehungsweise einen auszuwählen aus deinem vorherigen. Was ist da die Überlegung? Zum einen kannst du zeigen, ein Stück weit dich als auch Experte wieder zu positionieren. Das bedeutet, gerade einen Post zu nehmen, der viel Interaktion hatte, der viele Likes hatte, wo viel die Leute reagiert haben. Am Ende empfiehlt sich. Auf der anderen Seite kannst du aber zum Beispiel auch sowas nehmen, wo die Leute mehr von deiner Expertise erfahren können. Zum Beispiel dieser Post hier handelt davon, wie einer unserer Kunden im Mentoring über 17 Millionen Ansichten auf LinkedIn über sein Content erzielt hat. Und das ist natürlich der perfekte Post, um zu zeigen, warum sich eine Zusammenarbeit mit uns lohnt. Und den würde ich mir schlappen und genau dort in diese Im-Fokus-Sektion jetzt reinpacken. Ich zeige dir mal, wie das Ganze aussieht. Das sieht jetzt hier aus. Im Fokus, hier ist dieser Beitrag. Die zweite Möglichkeit, die ich zeigen will, ist, dass du auch natürlich zum Beispiel sowas wie ohne Probleme deine Webseite dort einfach einfügen kannst. Das bedeutet, du kannst hier oben auf Plus klicken, kannst Link hinzufügen machen, kannst hier das einfügen, hinzufügen und am Ende das Ganze speichern und kannst hier die Webseite sozusagen hinpacken. Was ganz cool ist, dass du das natürlich auch sortieren kannst. Das bedeutet, normalerweise gibt es hier so einen kleinen Button, wo man das irgendwie sortieren kann. Manchmal will LinkedIn nicht, das ist auch kein Problem. Wenn du noch nicht die perfekte Webseite hast oder die Leute vielleicht zum Beispiel direkt auch in Calendly bekommen willst, weil sie zum Beispiel eine Anfrage bei dir stellen sollen oder einen Termin buchen sollen, empfehle ich wirklich auch einfach, deinen Calendly-Link dort reinzupacken. Das bedeutet, würdest hier auf Plus klicken, würdest hier Link hinzufügen machen, hinzufügen und könntest hier zum Beispiel, wenn du mit Social Selling auf LinkedIn starten willst, lass uns unverbindlich sprechen. Fertig, würdest das speichern und hast jetzt hier direkt deinen Calendly-Link drin. Sieht natürlich jetzt nicht ganz cool aus, das dauert immer ein bisschen und du könntest tatsächlich hier, glaube ich, auch das Bild wechseln oder komplett genau, könntest ein anderes auswählen. Das ist natürlich perfekt, wenn du das sozusagen auswählen willst. Und jetzt siehst du hier oben den Button, dass wir das sortieren können. Ich würde immer empfehlen, den Beitrag als erstes zu nehmen, wenn er will und dann zum Beispiel wirklich Calendly da hinzupacken. Ich würde das auch nicht überladen, also das bedeutet, dass da irgendwie zu viel ist. Ich würde wahrscheinlich gerade am Anfang sowas wie die Webseite und einen Beitrag nehmen oder zum Beispiel einen Beitrag und Calendly. Und schon ist deine Fokus-Sektion fertig. Wie gesagt, ich würde ein schöneres Bild noch auswählen. Und das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Weil was passiert jetzt? Leute, die auf deinem Profil landen, landen entweder in einem richtig guten Beitrag von dir, wo sie verstehen sozusagen, worum es bei dir und deinem Profil und deinen Inhalten geht. Oder noch besser, sie würden sagen, hey, das hört sich spannend an. Ich buche mir einfach mal einen Termin bei Robert. Das ist wirklich das Beste, was dir passieren kann. Und so stellst du jetzt bestmöglich die M-Fokus-Sektion ein. Kommen wir zum sechsten wichtigen Bereich auf deinem LinkedIn-Profil. Und das ist hier unten die sogenannte Infobox. Und da kannst du wahnsinnig viel reinschreiben. Aber ich würde es immer kurz und knackig halten. Und zwar gibt es eine einfache Formel, an die wir uns halten. Und zwar ein kurzes Intro zu schreiben, warum es sich lohnt, diese Infobox überhaupt durchzulesen. Dann zu schreiben, was du eigentlich tust, damit die Leute nochmal ein bisschen mehr erfahren zu dem, was sie oben im Profil-Slogan erfahren. Ganz, ganz einfach ist auf sowas wie Fragen, die du einfach beantwortest für deine Kundinnen und Kunden, damit sie so ein Gespür haben, bei welchen Fragen kann ich mich eigentlich an dich wenden. Und wo die Leute mehr erfahren können, plus ein kurzes Intro. Ich habe das Ganze schon mal für mich vorbereitet und würde das hier einfach einfügen. Und habe genau diese Formel am Ende genutzt, mache hier noch ein paar Absätze rein und bin dann am Ende mit dem Bereich fertig. Und ich zeige dir mal, wie das Ganze aussieht. Große Frage ist doch, wie schafft man es, Kontant-Anfragen zu erhalten, mit Leichtigkeit Kunden zu gewinnen und sein Unternehmen unabhängig von seiner eigenen Zeit aufzubauen, sodass man mit tollen Kundinnen und Kunden von überall aus an spannenden Projekten gemeinsam arbeiten kann. Genau, genau dabei helfen wir unseren Kundinnen und Kunden. Erkläre hier nochmal ganz kurz, was wir sozusagen tun. Schreibe hier alle sozusagen Fragen hin und dann kann man hier mehr erfahren, wo man sozusagen reinhören kann. Kurzes Outro und fertig. Das ist wirklich das Maximalste, was ich da reinschreiben würde. Ich sehe da bei manchen absolute Romane, darauf würde ich verzichten. Ich würde es wirklich kurz und knackig halten und diese Überlegung mit diesen drei Absätzen hier macht es halt relativ leicht mit dem Intro und dem Outro. Kommen wir zum letzten wichtigen Bereich auf deinem LinkedIn-Profil und das sind hier ganz unten die sogenannten Empfehlungen. Und die meisten Leute haben da noch gar nichts, weil sie noch nie danach gefragt haben bzw. noch gar nicht wissen, dass es Feature gibt. Du solltest das unbedingt wissen, denn tatsächlich ist es eine gute Möglichkeit, um noch ein Stück weit Autorität aufzubauen und dass die Leute dich wirklich als Experte sehen. Wie kommst du jetzt am Ende daran? Du kannst hier bestehende Kundinnen und Kunden einfach danach fragen. Das bedeutet, du könntest hier um eine Empfehlung bitten. Ich könnte zum Beispiel David fragen und ihn fragen, kannst du mir eine Empfehlung sozusagen aussprechen. Hier kannst du die Auswahl. David Blum war Kundin bei mir. Zeitpunkt, ich war Geschäftsführer. Und Hallo David, ich würde mich über eine Empfehlung freuen. Okay, relativ simpel. Ich würde es unbedingt zu einer Angewohnheit machen, danach deine Kundinnen und Kunden zu fragen. Über die Zeit entstehen da wirklich super wertvolle Referenzen. Sieh es wie kleine Case Studies, sieh es wie kleine Bewertungen an. Und wenn die Leute auf deinem Profil landen und sich das dann hier durchlesen, was am Ende du mit ihnen erarbeitet hast und nochmal untermauern, dass du absoluter Experte bist, ist es das Beste, was dir passieren kann. Das ist ein bisschen tricky, wirklich Kundinnen und Kunden danach zu fragen, aber hab es unbedingt auf dem Zettel, weil dieser siebte Bereich unglaublich wertvoll ist, wenn da über die Zeit immer mehr Empfehlungen stehen. Ich hoffe, dass dir dieses kleine Tutorial zu dem LinkedIn-Profil geholfen hat. Wenn du die Vorlagen für die Titelbilder haben willst, dann findest du sie unten in der Beschreibung. Dort findest du auch unsere LinkedIn-Profil-Checkliste. Wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich extrem freuen, wenn du dem Ganzen einen Like dalässt, um den YouTube-Algorithmus ein bisschen anzukurbeln. Wenn du weitere solcher Inhalte zu LinkedIn haben willst, dann gerne diesen Kanal abonnieren. Und wenn du noch irgendwelche Fragen haben solltest zu deinem LinkedIn-Profil, schreibe es gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu lesen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.